Ja, wir sind da. Die Stadt von Wackershausen wehrt sich seit vielen Jahren sehr erfolgreich gegen diese deutschen Zubladen und deshalb liest man auch viele Umschreibungen über ihn. Hier hat man ein bisschen geglettert, Schlagersänger, Rocker, Chansonné oder auch Liedermacher, das ist alles schon in der Industrie. Sanfter Rebell hat sich Wackershausen selber genannt, das werden wir gleich noch machen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020